Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Dead Pony, hahaha, my Pony. Tobi, ich hab Zäune gemacht, weil du warst nicht da. Oh cool, ja geil. Und dann wollte ich mal gucken. Warte mal, hier steht ein Flamingo, da kann ich nicht. Kannst du... Ja, mach mal kurz. Klar, ich auch. Okay, die sind mal groß, die Zäune. Eigentlich gut. So. Ähm. Was denn? Die Blume ging nicht hin oder was? Ist klar. Hä? Okay. Hast du Wachposten gebaut? Ja. Hä? Okay, das ist aber cool. Nice. Okay. Perfekt. So, jetzt baue ich den dritten... Jetzt baue ich uns einfach ein. Ja und dann... Müssen wir immer Sex miteinander haben. Ich baue uns wirklich ein. Oh nein, bitte nicht. Hä? Tobias? Tu es nicht, Tobias. Du bist mit ihm... Findest du mich sexuell nicht attraktiv? Nein? Hä? Hä? Ich find dein Bart ein bisschen geil, aber das war's auch schon. Tobias, das tut mir doch auch weh. Das tut mir doch auch weh. Hä? 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 So, kann ich das? Naja, das... Naja. Überlappt vielleicht ein bisschen, aber naja. Ist... Geht trotzdem, ne? Geht gut. Ja, das ist okay. Schlup. Kleiner Eingang, da kann man noch eine Tür dazwischen setzen. Nice. Kommt nie jemand rein. Tobi, ich sehe, du denkst... Links. Das ist eine sehr authentische Tür, die nicht aufgeht. Ach, du kannst die aufmachen, ich nicht. Du nicht? Ne, ich kann die nicht aufmachen. Hä? Dann müssen wir zwei Türen hin machen, Doppeltür. Das würde aber nur gehen, wenn wir die Zäune hier vorne dran machen. Ja. Da könnte man doch doppelt. Ja, so meins. Ja, ich dachte, links, rechts so. Weißt du, eine... Aber, naja. Ist ja doch nicht... Ist auch nicht so wild. Dann bist du ja der Schlüsselmeister. Ja, gut, okay. Das passt schon. So... Shirt und Hose und Schuhe gibt's noch gar nicht im Game, wa? Hab ich alles noch nicht gefunden. Ich glaub nicht. Okay. So wie Musik. Wollen wir mal erkunden gehen, oder was? Ja, ja, ja. Ich bin schon auf dem Weg. Oh, geil. Man kann wieder Metall holen. Metal. Geil. So, ist schon... Hä? Wieso kann man Metall holen? Ist schon wieder ne neue Tach? Ne, ne? Ne, hier ist noch antiker Tischemüll. Okay. Ich hab keine Ahnung. Was? Find man hier irgendwas? Oh ja, hier ist Wasser drin. Brauchen wir aber grad nicht, ne? Haben wir noch. Ja, glaub ich auch. Okay. Car Battery? Braucht man die für irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Aber man findet's ja ziemlich oft. Ich glaub so... Ich weiß nicht, ob die wichtig ist. Keine Ahnung. Ich hab die jetzt mal vorsichtshalber ins Inventar gezogen. So, ich würd gern hier nochmal gucken. In diesem Häuschen hier. So. Stück Pizza, das ist immer gut. Ähm... Alter, was? Digga! Wat? Was? Was? Banane? Alter, Bruder, was willst du? Ich dachte vielleicht, dass das Video besser gerankt wird, wenn man die ganze Zeit Digger sagt. Achso. Bruder, du musst entspannen. Achso. Bruder, du musst mal runterkommen, Bruder. Nee, will ich nicht, Digger. Bruder, das wird dir gut tun. Wirklich. Du musst... Du musst mal auf mich hören, Bruder. Hm? Was sind das da oben? Was ist das hier? Light West. Äh, Rucksäcker. Ein Vogel, was? Ein Vogel? Ach nee, das ist ein Zombie, der steckt im Boden fest. Ach nee, der krabbelt. Och Gott. Na? Oh, der Arme. Wie geht's? Hm? Soll ich dir helfen? Oh, Tobi. Oh, Tobi. Was denn? Ach, nichts. Hast du was gefunden? Du wirst es sehen. Ich hab das Accessoire für dich gefunden. Bestimmt irgendwas mit dem Schwein drauf oder so. Hä, warum denk... Hä, was soll das denn jetzt schon wieder, Tobi? Hä? Du bist doch immer so gleich... Ich bin... Was bin ich? Hä? Klar, vorhin war ich der fette Zombie. Hab ich das? Ich hab gesagt, das war ein anderer Tobi. Warum... Warum beziehst du immer alles auf dich, Tobi? Tobi. Tübchen. Toblerone. Hm? Alter. Mein Tobelstück. Du hörst gar an Empfang. Was? Gestatte dir selbst attraktiv zu sein. Komplimente sind das Streicheln der Seele. Was? Was steht das in deiner WhatsApp-Gruppe oder was? Nee, das ist ein Funk-Stream-Titel. Hallo, Funk. Danke. Die sind immer sehr schön, die sind immer sehr holsam. Oh, ey. Ach, da bist du ja, Tobi. Hey. Hi, na? Ja, boah, ich hier. Hast du... Hm? Alter, die Gasone habe ich vorhin auch gefunden. Da bin ich aber gestorben. Eine Wrestling-Maske. Geil. Willst du die haben? Ja, klar, wenn du die nicht willst. Ja, ich brauche die nicht. Ich dachte hier, irgendwas mit Wrestling. Geil. Gönn dir. Das ist eine Maske, die muss ich da oben hin machen. Ja. Komm ich mal an. Geil, nice, Tobi, nice. Du bist sehr attraktiv. Den helme ich mir mit für unseren Kleiderschrank. Dann können wir Kostümmfeste veranstalten. Nein. Das ist Zombie-Apoklust. Was willst du anderes machen? Mitnehmen für... Du mitnehmen könntest diesen Rucksack. Oh, nice, nice. Was für einer? Ein großer... Ja, das ist ein kleiner, nein. Nee, dann lass den stecken. Scheiß auf den, oder? Ja, dann... Ja, okay. Also wenn, dann große... Also wenn, dann große... Was zu trinken. Äh... Hab ich was zu trinken? Ich habe leider nur einen... einen Schluck Wasser im Water-Jug. Mehr habe ich leider nicht. Warte mal. Bleib mal stehen. Ja. Worüber du bist. Ja. Ich bin hier. Hast du hinter dem Haus? Ah, da vorne. Warte. Äh, hier. Für dich. Wenn du Wasser brauchst, habe ich eine Idee. Oh, geil. Alter, na... Okay, der ist aber groß. Ich dachte, der wird zwar nach zwei. Bisschen groß, aber da... Geht doch ordentlich was rein. Geht da auch ein Military-Bagpack rein? Das... Weiß ich nicht. Ich frag für einen Freund. Das wäre krass, wenn das wirklich gehen würde. Ja, dann ist eh vorbei. So. Ich überlege, ob ich einen Kürbis wieder mitnehmen soll zum Essen, statt diese Pizza und so. Uh! Was denn? Ich dachte, das wärst du hier gerade. Vom... Ausgleich war das... Also vom... äh... Vor der Kleidung her war das fast identisch. Äh, Tobi, wüssten du? Äh, ich bin hier... hinten... an so nem... Komm mal wieder auf den Platz, wo wir uns grad getroffen haben. Ja. Oh. Tape. Tape. Ja. Wo? Ah, hier. Komm mal her. Äh... Hier. Oh, geil. Super. Was ist mit den Leuten? So. Das war die Hauptstraße, wo der Dicke war, ne? Kann das sein, dass der Random... Der... Ich glaub, der flaniert er random durch die Stadt, oder? Oder hat er bestimmte Tage, wo der rumläuft? Ich hab... Ich hab... Vorher noch nie gesehen. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube aber, dass der den ohne Schuss waffen, wird das schwierig. Ich hoffe, wir treffen jetzt nicht auf den. Das hoffe ich auch. Und dann wird's lustig. Ich weiß genau... Dann wird's in der Tat... Zuschauer hoffen, dass wir auf den treffen. Natürlich. So. Ich hab mal zwei Waterjugs mit, ne? Äh... Oh, ja. Wenn du kannst, klar. Ja. Ich hab grad zwei gefunden und dachte, ich nehm ihn mit für zu Hause. Wobei, meiner... Meiner ist eh gleich leer. Wenn ich einen trinke, dann brauch ich eh einen im Inventar. So. Ich geh mal hier ins Haus. Random einfach rein. Da ist... Wieder so ein Hotdog-Zombie. Cool. Das Haus ist einfach komplett leer. Ja. Oh, was denn hier? Ein Bild. Aber dafür hab ich keinen Platz, leider. Ein Adventurepack? Was ist da drinnen? Äh, das ist einfach so ein... Das ist so ein... Für Fahrtfinder so ein Ding, ne? Ah, okay. Aber ist auch einfach nur ein Backpack-mäßig. Ja, genau, genau. Mehr ist das nicht. Ich überlege, ob die kleinen Rucksäcke vielleicht nicht... Platzmäßig mehr bringen als die großen Rucksäcke. Also, weil die weniger im Inventar verbrauchen. Dass man mehr davon dabei haben kann. Ja, könnte sogar sein, dass das schlauer wäre, tatsächlich. Ja, ja. Ja, müsste man mal... Müsste man theoretisch ausrechnen. Oh, eine Cheerleaderin. Geil. Legt sich gleich hin. Die hat ein School-Backpack dabei. Das würde ich direkt mal testen. Der ist auf jeden Fall kleiner. Und wenn ich den öffne... Kann ich da noch ein Military-Backpack reinlegen. Und kann den auch öffnen. Äh, ja. Geil. Das heißt, ich habe jetzt ein Military-Backpack auf School-Backpack-Größe. Verstehst du? Das ist ein bisschen weird, dass das geht. Aber ja, nice. Perfekt. Das ist voll geil. Dadurch können wir mehr Rucksäcke mitnehmen und alles. Spiel durchgespielt. Ja. Und dann kann ich theoretisch auch... Weißt du was? Ich nehme wieder Metall mit, weil es egal ist. So. Nur der Rucksack wird ja schwerer, ne? Glaube ich, oder? Müsste ich mal... Das müssen wir austesten. Ob sie das vererbt. Das würde ich gerne mal kurz gucken. So. Okay. Ich habe den School-Backpack. Öffne den. Hab den Military-Backpack. Öffne den. Da gehen 65 Kilo rein. Ah, okay. 19,5. Das vererbt sich. Das vererbt sich. Genau, ja. Aber du hast trotzdem mehr Platz. Also es bringt trotzdem was. Ja, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist schon geil. Das ist perfekt. Das ist Babuschka-System. Wie geil das einfach ist. Okay, pass auf. Ich habe jetzt zwei Water-Jucks. Die lege ich ab. Ich habe jetzt ein Backpack gefunden. Oh. Kann man den nicht mitnehmen? Oder braucht der zu viel? Braucht der noch mehr Platz? Ah, nee. Der ist einfach noch größer. Okay. Da passt aber auch eine Menge rein. Aber ich glaube, da würde ich eher die Military-Sachen. Oder? Wie viel passt denn da rein? 45 Kilo? Bist du das? Das finde ich. Ja, ja. Hallo. Open. Problem ist, ich kriege die Water-Jucks. Kann ich jetzt nicht direkt da reinpacken. Die muss ich vorher aufheben. Also schmeiße ich meinen einer Water-Juck weg. Nehme erstmal den hier. Schmeiß das da rein. Nehme ich den hier. Und schmeiß... Oh, nee. Equip wollte ich das nicht. Und schmeiß das hier rein. Und dann nehme ich den hier. Und schmeiß das da rein. Geil. Da gehen... In den großen Backpack gehen vier Water-Jucks parallel rein. Das heißt, wir können das theoretisch auch in unsere Kisten packen. Zuhause. Voll geil. Das ist super nice. Bist du grad hier im Haus eigentlich? Ich bin in diesem roten Haus, wo dieser rote Streifen so rundherum geht. Ist das dasselbe Haus? Ne, hier ist ein Tisch davor. Da kommt man nicht durch. Es sei denn, du bist draufgesprungen. Ja, ich bin da hochgesprungen. Ah, okay. Dann bist du grad im selben Haus. Cool. Dann geh ich wieder raus. Dann bist du ja hier schon zu Gange. Sehr schöne Aussicht, muss ich sagen. Oh, danke. Da ist ne Brücke. Wir müssen auf diese Brücke gleich mal drauf. Mal gucken, ob man da irgendwas mitnehmen kann. Ich hab noch gesehen, da steht ein Auto drauf. Und, äh, das kann man dann auch wieder ernten, das Auto. Was ist denn das? Erdraub. Oh ja, Tobi, ich hab was geiles gefunden. Ich verrate's dir noch nicht. Aber ich hab was geiles gefunden. Denn? Verrate's dir noch nicht, Tobi. Ich hab was geiles gefunden. Geil. So. Ein Camp Pack. Okay. Wenn ich jetzt das Backpack weglege... Das wird interessant. Man kann leider nur zwei Rucksäcke mitnehmen. Okay. Das School Backpack lege ich jetzt mal ab. Nehme jetzt... Den gleich nochmal mit. Warte mal. Das müsste jetzt gehen. Open. Alter. Fuck my life. Camp Pack. Die sind's, Tobi. In ein Camp Pack. Ein Camp Pack ist so groß wie so ein School Rucksack. Aber da passen noch zwei große Rucksäcke rein. Wow. Die sind's. Stimmt, bei dem Adventure Pack tatsächlich auch. Krass. Alter. Okay. Geil. Und da passt noch mehr rein. Unten. Zwei fette Rucksäcke und noch was. Military Backpack und Backpack hab ich jetzt da drin. Voll geil. Wie geil ist das denn? Voll cool. Ach, ne. Bei Adventure Pack geht das nicht. Nicht. Ich hab mich verguckt. Da geht das nicht. Aber ist trotzdem krass. Also. 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 Die. Die Camp Packs. Die sind's auf jeden Fall. Camp Pack mitnehmen, wenn ich anfinde. Alles klar. Ja. Unbedingt. Alles andere dafür fallen lassen. Läuft mir doch jemand hinterher. Oder bist du das? Das bin ich. Das bin ich gerade. Ich hab. Okay. Ich wohne kurz. Ein Leuchtturm. Wie geil. Hä? Da hinten ist ein Leuchtturm. Ob man da hinkommt. Oh ja. Voll geil. Also kann man hier schwimmen? Weiß ich nicht. Da hinten ist noch das fette Boot. Ich will jetzt nicht schwimmen gehen, weil ich hab Angst was da passiert. Ich hab Angst hier die Klippe runter zu springen ehrlich gesagt. Ja. Wir werden's mal irgendwann machen. Dann ziehen wir uns beide nackt aus Tobi und dann springen wir einfach ins Wasser. Ich geh nicht aus. Ich geh einfach so rein. Nein Tobi, wir ziehen uns nackt aus. Okay. Hier ist noch ein School-Backpack, aber darauf scheiße ich jetzt. Oh, hier sind aber ziemlich viele unterwegs, wa? Oh ja. Hier sind auch viele Zombies, glaub ich. Schnell mal heimlich hochgehen hier. Oh, wie sieht mich da keiner? Sag mal, hier ist ja gar nix. Kann es sein, dass hier in diesen ganzen Räumen einfach nichts ist? Tobi, bist du das? Ja, ich hab ein Panzerblatt gehauen. Achso. Hier ist ein bisschen was los hier unten. In diesem Haus hier ist ja nichts. Gibt's da auch... Ja, die vorhin auch gab es eine alte Etage, da war einfach gar nix. Ja, ja. Das sind diese komischen Häuser wie drüben bei der Mülldeponie. Äh, bei diesem Dingens. Bei dem Atomkraftwerk. Ja. Oh, warte mal. Doch, hier liegt eine Sache random drin. Eine Wrench. Geil. My life is complete now. Erich, aber nicht auf einmal, Freund, ja? Ja, na gut, ja. Ich teile mir das ein für den Rest meines Lebens. Warte, hier lag auch noch was. Geil. Boxcutter. Mmmmm. Was für ein lohnenswertes... Ich geh hier einfach raus. Oder ich geh mal ganz kurz ganz nach oben. Vielleicht ist da noch irgendwas, aber... So. Oh ja, ganz oben, ganz oben lohnt sich. Ein Stück alte Pizza. Mmmmm. Direkt vom Boden. Da esse ich am liebsten. Äh, was ist das hier? Brass? Kann ich eigentlich mitnehmen. Bisschen... Fünf Geld. Und... Das war's auch schon. Wär cool, wenn man die Schallplatten benutzen könnte. Kann man bestimmt, oder? Das wär die doch nicht drinnen, oder? Ja, es gibt momentan nicht mal Hintergrundmusik, Tobi. Gut. Das ist richtig, aber... Nein. Ja... Muss man jetzt nicht zerdenken. Jetzt mal nicht so viel Pessimismus, hm? So... Metall brauchen wir gerade nicht, oder? Vielleicht... Vielleicht nicht... Ja gut, wir könnten dann trotzdem immer noch dieses Camp-Ding bauen dann irgendwann. Dann haben wir immer noch genug halt dann. Also nimm mit. Ja gut, was soll's dann. Dann mach ich. Wir haben doch genug Platz. Hast du natürlich recht. Wie die Zombies ja immer von Haus zu Haus gehen. Was erhoffen die sich denn? Das ist ja der Amazon-Fahrer. Ah. Wir legen die Pakete ab und gehen sofort wieder. Ach so. So, hier ist safe. Okay. Oh, hier ist noch ne Vata... Vata-Gallone. Oh ja, nimm die mal mit, bitte. Ich nehm noch Wasser. Ich nehm dir die gleich ab. Warte, warte. Habe hier grad ein bisschen Probleme. Mit Zombies. Hier runter, ich komme. Ja, ist vielleicht grad ein bisschen zu viel gewesen. Wo bist du denn da hin? Oh, Alter. Okay. Hat natürlich ne Pickaxe dabei. Was Zombies eben so dabei haben. Patienten-Zombie und Pickaxe. So, Painkiller. Mal gucken, was das bringt. Ah. Nice. Ah, da vorne bist du. Baba. Jo, jo, jo. Also wenn du ne Vata-Gallone brauchst. Bei mir ist auch bald eine leer. Aber nimm du die lieber. Hier drin ist eine. Ich kann dir die auch gleich wiedergeben. Ne, ne, ne. Alles gut, behalte die ruhig. Also ich hab, ich hab noch drei volle. Durch unseren neuen Rucksack-Trick, der wirklich sehr gut ist. Alle, ich hab in dem einen Rucksack hab ja einfach nen ganzen Schrank und ne Knarre drin. Holger. Oh, es ist so schön. Ich mein aber, wenn's geht, dann geht's. Wir nutzen ja nur Spielfeatures. Es ist ja jetzt kein, äh, irgendwas. Exploiten oder so. Nö, 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 nö. Wenn man hier Taschendimensionen hat, dann let's go. Ich mein, es gibt nichts besseres, ne. Unendlich viel Medievales. Weißt, was es gibt. Ich hab das bei Medieval Dynasty auch rausgestellt. Dass es, äh, welche Gewichtssachen, ne. Dass es Gewicht hat. Du hast Sachen bei Medieval Dynasty ausgestellt mit Gewicht? Ja. Echt? Und ich hab die ganze Zeit... Ja klar, das kannst du im Menü mittlerweile, wenn du eine neue Map machst, kannst das, also kannst das ausschalten. Blitzscher, der hat gesagt, ich soll das machen, weil das voll nervig ist. Danke, Erik, dass du für mich vorgekommen hast. Damals ging's noch nicht. Ja, das haben sie erst nachgefatcht. Ja, ja, ja. Äh, hier diese Box, so eine Kiste lass ich liegen, ne. Wir nehmen noch Schränke. Oder? Ja, oder? Kann ich sagen. Ja, die Kisten sind ein bisschen low. So. Was ist denn hier? Ach, Bandagen. Weißt du was? Nehm ich auch immer mit, weil... Weiß ich auch nicht. Warte, wie hoch ist denn dieses Haus hier? Oh ja, hier gibt's sehr hohe Häuser. Junge, Junge, Junge. Slimline Backpack. Dann lass mal ganz kurz gucken. Was hat's denn damit auf sich? So, da trinke ich mal kurz. Ich find's cool, dass die Backpacks, die verschieden... Oh. Oh. Okay. Mhm. Die Slimline Backpacks. Lass mal kurz gucken. Aber ich glaub, die Camp Backpacks lohnen sich mehr. Ja, die lohnen sich mehr. Camp... Camp Pack ist immer noch das Beste. Hab ich auch keins mehr gefunden seitdem. Ich glaub, die sind selten. Okay, ich glaub, ich weiß, wie man ein unendliches Inventar kriegt. Obwohl, naja, kriegt man ja so... Also, du kannst ja theoretisch Camp Pack ineinander stacken, ne. Das würde ja auch gehen. Wenn du genug Camp Packs hast... Das würde gehen, aber... Ich... Adidiert sich ja trotzdem halt, ne. Klar. Ja, das stimmt schon. Ja, ja. Aber es ist trotzdem besser als nur das Inventar zu haben, was man hat. Also... Also das ist schon ziemlich geil. Feier ich extrem. Oh, hier ist Müll. Okay, sorry. Müll, 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 müll. Nicht weiter. Cool, das Haus hat sich genau gar nicht gelohnt. Riesen... Also riesen hoch. Theoretisch cool, weil du konntest auf jeder Etage was anderes machen. Und wenn du PvP spielst bei dem Game, kannst du, glaub ich, in so einem Haus, kannst dich super gut verschanzen. Oh ja, das glaub ich auch. Das glaub ich auch. Warum so ein Dings hier auf... Und wenn du eine Etage verloren hast, ziehst dich zurück, eine höher. Das ist... Das ist nice, ja. Das ist also theoretisch ganz cool. PvP... PvP wäre ja eigentlich schon geil in dem Spiel. Gibt's ja. Haben sie ja schon. Okay, okay. Aber gut, spielt halt keiner im Moment, ne. Ja, ja. Also das Game wird, glaub ich, generell momentan nicht so viel gespielt. Ich ahne, warum. Ja, ist halt nicht mehr viel jetzt. Ja, ja, ja. Ist halt noch nicht wirklich Content-Complete und alles. So... Quests... Hm? Wenn's hier Quests gäbe. Quests wär nice. Oh, stimmt. Das wär ganz cool. Ich glaub wir müssen langsam zurück. Wir trinkeln, ne. Oder wir... Müssen... So, was? Warum kriechen denn hier alle? Puh! Wer ist denn mit denen? Alter! Da kommt die aber mit ner AKM angekrochen. So ne Touristin, weißt? Mit so nem lustigen Urlaubshut. Yay! Alles klar. So, rein. Rein da. Und dann... Trink ich mal... Ach nee, warte mal. Das war hier. Ich trink mal mein Wasser aus. Gerade mein... Eines. So. Dann ist das auch weg. So. Prima. Hin, fort. Bisschen Metall noch mitnehmen. Bist du hier irgendwo auf diesem Hauptplatz? Hier an den Häusern? Oder wo bist du grad? Ich bin grad bei diesem riesigen Schiff, was hier gestrandet ist. Irgendwie. Nein. Okay. Oh, da bin ich ja schon viel weiter. Kommen wir zurück. Ich hab die Häuser noch ein bisschen abgelootet und so. Und äh... Das eine Haus... Oh, das ist wirklich riesig. Okay. Sag mal, hier krieg ich schon wieder einer. Was ist der mit dem? Davon. Krieg ich nicht genug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Tobi. Warum? Was hab ich hier eigentlich getan? Ich wollte gucken, ob das Schiff kommt. Aber das geht glaub ich nicht, ne? Nee, hab ich ja vorhin auch schon geguckt. Ich hab zumindest keinen Weg rein gefunden. Also hier sind so Container, die so am Schiff sind. Aber nee, da geht's nicht rein. Nee. Schade. Vielleicht später. Aber die Map an sich ist ganz cool. Die ist ganz cool. Ja, von ganz oben hat man so ein bisschen Überblick bekommen, wie groß die eigentlich wirklich ist. Also ist schon, ist schon nicht klein. Hm. Ja, ja, das stimmt. Muss schon sagen... Schon gut. Hast, haste recht. Haste recht. So, Hockeymaske. Blümchen gibt's ja auch überall, das ist nice. Ein Wundendresser, aber den lass ich mal. Wir nehmen nur diese großen Schränke mit, ne? Also diese Riesenschränke. Oder? Ja. Alles andere lohnt sich hier eher bedingt. Ja, also ich würde die Kisten oder so nicht mehr mitnehmen. Das sehe ich genauso. Okay, kurz ab. Da vorne kommen zwei Zombies. Wo vorne? Hier sind nämlich überall welche gerade. Ich bin nicht gesehen. Ich muss mich nur mal healen, schnell. Vorsicht, 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 Vorsicht. Hab, hab, hab. Boah, das war das aber nicht schneller. Warte, Chirly drin, Chirly drin, Chirly drin. Okay. Äh, Tobi, ich kann... Okay. Du hast die, du hast die weggelockt und ich konnte nicht schnell genug hinterher. Ich dachte, ich hab eigentlich auch abgebrochen gehabt, aber er hat nicht abgebrochen. Ich weiß nicht warum. Also du bist bei mir zurückgeteeprost, einfach. Okay. Ich schmeiß mal kurz ein paar Pain-Killer rein. Keine Ahnung. So, weißt du noch ungefähr, wo es ist? Ja, ich glaube aber am Rand der Map entlang, das müsste dann irgendwo hier gleich kommen. Okay, okay, okay. Ich bin noch, also ich bleib noch bei deiner Leiche. Okay, wieso sind die auf einmal so schnell, die Zombies? Was ist mit denen los? Es gibt, es gibt Rennende. Also es gibt ein paar Zombies, die rennen einfach. So, hier kommen wir. So, ein Zombie, ein Zombie weg. Momentan bist du safe. Also momentan liegt deine Leiche safe. Komm, ich komme, ich komme. Heißt, wie ich gerade gestorben bin, kann ich aber versuchen zu schwimmen. Ich versuche mal durchs Wasser zu gehen. Ja, gute Idee. Sag Bescheid. Oh. Was denn? Ähm. Ja, man kann einfach durchlaufen. Ähm. Man rennt einfach normal durchs Wasser? Ich komme jetzt gleich am Schiff hinten raus. Hallo Erik. Cool. Okay, das ist nice. Das gefällt mir gut. So, hier liegst du noch. Okay. Kann man das irgendwie alles auf einmal nehmen? Oder muss ich... Ich muss das wirklich... Ja. Okay. Also wenn du PvE hast, äh PvP hast und musst das schnell machen, ist das aber auch nicht so geil, ne? Nee, das ist nicht so cool. Eigentlich müsste man da einfach so einen Button haben. I'll take all. Fertig. Und dann spiegelt er das Inventar auf dich rüber. Oh, wird langsam dunkel. Da ist da eine Freundin, die cheer die drin. Die kommt da wieder. Also die kommt nicht hierher. Die steht da einfach nur. Keine Sorge. Jetzt geht die wieder. Okay, cool. Hast du? Hm, ich fach hier noch ein paar Penkiller rein hier. Boah geil, Tobi. Gönn dir einfach mal hart. So. Nice. Nice. Muss ich nochmal ein Flashlight unten in die Leiste stecken? Ich hätte gerne so ein indirektes Flashlight. Also ein indirektes Light hätte ich gerne. No Space Light. ...nicht aktivieren musst extra. Genau, genau, genau. Oh, alles klar. Ja. Gut, das Metal ist leider sehr schwer, ne? Also das... Äh, Tobi Vorsicht hat gespawnt hier gerade. Ähm. In den Hoden! Schlitzt ihm die Knie durch, Tobi. Geil! Scheiß College Boy. Okay. Wenn ich mir jetzt eine Pizza da unten reinschmeiße. No Place. Okay, dann würde ich mal schnell eaten. Vielleicht hätten wir nach Hause gehen sollen. Es wird ja dunkel gerade, ne? Ja, ich weiß halt nicht, ob nachts mehr Zombies kommen. Das weiß ich halt auch nicht. Weiß ich auch nicht. Und wir können keine Lampe halten und draufschlagen. Ja, leider nein. Wenn einer schlägt, einer hält die Lampe, ne? Was man machen kann, ist glaube ich, irgendwo nach oben in so'n Haus gehen. Da kommen die Zombies glaube ich nicht hin, ne? Oh, was gibt's? Das könnte... Flasche Wasser, okay. Vorsicht, hier kommt wieder ein Kollege. Man sieht ihn kaum. So. Geil, hat vier Steine dabei. Cooler Typ. Machst du Disco da hinten? Hä, wie cool. Gut, die Zombies haben Spaß am Wasser. Was ist das denn da im Wasser? Vorsicht. Manche sind wieder One-Hit, weißt du? Ja. Ist schon... Kurios. So, okay. Ach, die wollten einen Floß machen und sind hier verendet, oder was? Ja, hat ja gut geklappt. GG. Hat ein Monet dabei. Nice. Ah, toll. Könnte nachts ruhig ein bisschen heller sein. So. Ähm. Ich konnte grad nicht zuschlagen. Hä? Das hör ich auch grad so. So. Jetzt konnte ich zuschlagen. So. Äh, hier sind zu viele... Hier sind zu viele... Äh, Zombies. Okay. Noch mal Licht an, dass du was... Ja, hab ich auch grad gemacht. Ich weiß nicht mal mehr, wo wir jetzt hin müssen. Ich hab keine Ahnung. Ich seh... Könnt ihr uns in irgendeinem Haus sehen? Das hohe da vorne hier. Welches? Hier vorne, das hohe Haus. Äh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, das sind zwei, das sind zwei, das sind zwei. Hier mal durch, würd ich sagen. Äh, ich trau mich nicht. Das waren da zu viele. Ich seh nichts mehr. Bist du noch safe? Also bist du noch irgendwo? Ich bin ins Haus, ins Hochhaus gerannt, ja. Mir rennt grad eine hinterher. Die bümse ich jetzt aber mal weg. Die Gute. Ich hör das gerade, wie du das machst. In welches denn? In das... Ah, ich glaub... Ich glaub, ich weiß wo. Ist unten ein Aufzug im ersten Stock. Ja, ich seh schon, aber... Oh, ich hab Besuch. Warte mal, ich komm runter. So. Warte, komm rein, komm rein. Ich seh nichts. Warte, ich mach dir Licht. Der ist weg. Alter, da kommt noch einer, Vorsicht. Oh, jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich flüchten. Ja, ja, ja. Ich mach den. Okay, danke dir. Jetzt geh hoch. Hier geht's hoch. Hier drüben. Warte, lass noch einer. Ja, aber erstmal hoch. Geh mal hoch. Geh mal hoch. Hier, hier, hier. Fuck, 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 fuck. Ich seh nichts. Ich seh nichts mehr. Ich muss safe bleiben. Alles gut. Warte, warte. Ich hau mal ganz kurz Painkiller rein. Junge, 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 Junge. Wat für ein Erlebnis. Ich hab hier, ich seh die Treppe halt einfach gar nicht. Warte mal, da kommt noch einer. Hier ist die Treppe. Hier. Ah, okay, danke dir. Junge, Junge, Junge. Oh. Treppe kann man gut ausleuchten mit der Taschenlampe. Ich geh mal nach ganz oben. Ja, ich glaub das ist am besten. Ja. Nachts kann das hier schon richtig ungemütlich werden. Ja, ich merk das schon. Ich merk das schon. Das war herausfordernder als alles andere bisher im Game. Wie weit geht das nach oben? Das ist ein sehr hohes Haus. Hier, sehr gut. Ah, ein schöner Tisch. Antiker Tisch, das hat sich gelohnt. Können wir uns mal fett healen, dann können wir einen richtig geilen Cliffhanger für diese Folge machen. Erik, voll gut. Ist schon wieder soweit? Krass. Na klar. So. Das war mit das höchste Haus, glaub ich. Da drüben ist noch eins, das ist höher. Ja, in einem war ich, das war auch extrem hoch. Aber da war oben einfach verbarrikadiert alles. Da kam es nicht weiter in. So. Ich ess nochmal schnell ein Bananchen hier, wa? Oh, meine. Geil. Tobi. Das macht mich echt heiß gerade. Was für ne schleckerige Banane. Die war ganz glitschig. So ziemlich gut. Keine Ahnung wie lange ich dabei ist. Ja, das war die Haut. Ich schäle meine Bananen nie. Ja, dann würd ich sagen. Aber es wird schon wieder, es wird schon wieder da hinten bricht die Sonne der Morgen wieder an. Also ne, nächste Folge. Puh. Äh, ich glaub da kommen wir wieder gut nach Hause. Ich geh auch davon aus, wo geht's denn überhaupt nach Hause? Ist denn hier die Richtung, wo wir heim müssen? Oh, da unten sind so Hallen, guck mal. Sehr interessant. Vielleicht finden wir da Waffen. Oh ja, oh, Industriehallen. Cool. Aber wo's nach Hause geht, seh ich hier halt auch grad nicht, ne? Das Kraftwerk müsste ja irgendwo zu sehen sein. Ja, ich glaub das ist da hinten. Ich glaub wir sind sogar schon fast einmal rumgelaufen. Ey, ich seh das Kraftwerk gar nicht. Hier links, glaub ich. Das müsste eigentlich da hinten sein, in die Richtung so. Oder? Ich dachte das ist hier links, da hinten. Also da so in diese Richtung einfach, ne? Von hier aus geradeaus quasi in diese Richtung da. Oh. Da, dass die Autobahn auffahrt. Ja, ja, das müsste, genau da hinten müsste es irgendwo sein. Ja, ja, wir sind grad quasi ganz am anderen Ende der Map. Ja. Was ich irgendwie cool finde. Nice. Es ist cool. Also die Map ist echt nice gestaltet auch, gefällt mir. Ja, find ich auch. So, dann würde ich sagen, nächste Folge oder was? Oh. Ja, mach. Alles klar. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Bis zur nächsten Folge. Und dann bringen wir mal unsere... Also ich hab jetzt nicht so viel gesammelt. Ich hab jetzt Rucksäcke und ein bisschen was zu trinken. Viel mehr hab ich jetzt auch nicht. Oh, ich hab eine Knarre noch dabei. Eine Sonnenbrille und so einen Käse. Ah, ja, stimmt. Ja, Knarre hab ich auch dabei. Stimmt, stimmt. Ja, okay. Ja, dann, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und dann, dann finden wir, dann finden die valorenen Jungs bestimmt wieder nach Hause. Ganz bestimmt. Alter. Macht euch mal keine Sorgen. Ich weiß, ihr habt gerade alle gebankt und geschwitzt vorm Rechner so. Oh nein. Ja, wenn sie's schaffen. Oh Gott. Oh, was für ein Cliffhanger. Ja, dann, äh, bis zur nächsten Folge. Cheerio. Tschüss. 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 Tschüss.